Ein bisschen aufgeregt ist man wahrscheinlich vor jeder Premiere. Wann seid ihr zuletzt ins Kino gegangen? Aufgrund eines Werbespots. Ich heute. Und das letzte Mal war wohl 1999 für Episode 1. Schauen wir uns den neuen Spot von Florian Hahn an. Geh mal rein. So, Film ab. Kamera ab. Bin schon sehr gespannt. Endlich wieder Kino im Landkreis München. Mein Name ist Florian Hahn und ich bin Ihr Bundestagsabgeordneter. Der Abgeordnete für den Landkreis München. Wussten Sie, dass weltweit nicht einmal 50% der Menschen frei wählen dürfen? Deswegen habe ich eine ganz große Bitte an Sie. Am 26. September sind Bundestagswahlen. Bitte gehen Sie wählen. Ich mache Ihnen ein Angebot. Politik fürs Leben. Florian Hahn. Wir nehmen uns zum Beispiel um diesen Rosen Joint auf dem den Dienstag und im Wagen Jahrhundert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.